Die T-W-O 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 Das kann die T-WO Wenn wir keines zu getrefft ich hab getrefft was ist denn jetzt? mach mal hier oh da ist einer ah tschuld verhoffnungstohle ach so ich bin oben du bist unten so komm schon komm ich hab mir ne maske ein bisschen unfremeniert tschuld vorsicht tschuld tschuld du hast mich scheiße den hab ich doch eben abgeknült den haben wir doch eben abgeknült den haben wir doch eben abgeknült ich meine der der die alte ins auto reingeholt hat wieder da hat ein helf auf zuern anderer wir säubern alles und sorgen für die landezone ich mach alle in diesem gebäude kalt das schwöre ich wassergranat er wurde schon gesetzt alter ja da ist aber nicht mehr verlieblich komm geh doch ach stimmt ne wir sind vor uns gestorben weil ich gestorben bin wir sind du auch noch komm er hat gerade überhitzt mir kommt das gerade so vor jetzt ist das spiel übelst laut ja gut alter wackelt doch mal nicht so boah mit dem letzten schuss jetzt sieht es schon besser aus vor der überhitze wir müssen weg hier der edi wird uns rausbringen ich zieh ihn runter das wird sich klappen dann raus mit euch alter jetzt muss ich doch mal ganz kurz hier mal ganz kurz einen cut reinhauen weil ich will jetzt mal wissen ob die aufnahme vielleicht zu laut ist mir kommt das gerade so vor gleich wieder da mein scheiß knopf funktioniert nicht mehr ja wie viel geld haben wir denn du bist nicht in der besten liste mir doch scheiß egal nö komm eh dann machen wir noch oder bist du schon am anpassen bevor wir wieder ins arsenal gehen ach ja ich habe ja meine m1 jetzt mit spreng munition mit das stimmt da kam ja da kam ja der part letztens endlich m1 endlich bei der m1 aber da ist noch nicht raus dachte ich der part also jetzt noch nicht da wollte das video sieht dass sie dort ist es draußen echt logisch ist er draußen weil die leute die das sehen du verstehst ach so so er denkt mit ist das sowieso bloß zukunftsweisens denken ist ja sowieso bloß dings da ne denk ich mal ähm cluehunter es sind zwei hallo oh oh verfluchter scheiße das dürfte uns das leben gerettet haben also rios oder fiona salem haben wir zurückgelassen und das ergebnis kennen wir ja also rios also rios jiii endlich wieder ok rios 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 bist du da dem passiert schon nix tja hoffentlich weiter jetzt wir müssen zu den rauchschwaden dahinten rios oh warte wie waren das scheiße ja scheiß steuern wir müssen irgendwie über die mauer rüber wir müssen irgendwie über die mauer rüber meine entdeckung nicht mehr zu zwingen hat das bei dir schon mal geklappt da möchte ich jetzt nicht so sagen wie war ducken wie war ducken rios rios kommt nachher hier ein jäger wo ist dieser typ mit diesen ach da oben war das schießen genau wow panzerfaust erledigt ui was ist denn der arsch das ist auch noch einer das ist nicht mehr warte schulde vor nicht genug weiiiiiii der guckte wie das aussah also ok jetzt hab ich ja keine deckung mehr ouch ich sehe keinen mehr oder da wo ist denn der sack den habe ich gerade erschossen dachte ich ne da lebt noch jetzt ist unter dem turm ist einer oder soll das sein oh ja da hinten der ist tot oh immer noch irgendwo oh oh ne hier finde ich nicht doch 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 Aua Sambo denn wie ging den da? äh äh R3 ja komm hat sich dann erledigt also die springen wir nicht die wieso habe ich denn jetzt geduckt war dieser war der gewick hier ich stehe mich gerade ich stehe mich gerade an wie es auch wie so ein erstes der versteckt sich halt hinter dem alter was mache ich denn hinter der decke wo noch einer doch viel auch immer hier der wollte nicht sterben äh ich hab einen bug da drüben ist ein eingestürzter turm wenn wir da hochklettern und rumgehen kommen wir vielleicht von hinten rein äh wie was was erzählt er immer guckt aber gerade nicht drauf eingestürzte turm und wir sollen außen rum und irgendwie keine ahnung die fritter muss auf der beinahe und sagt hä was äh ein bisschen ja ist schon ok ähm er geht sicher gut im Schrank mit all den anderen aufblasbaren Spielsachen hehehe aufblasbaren Spielsachen was könnte das wohl sein warte noch nicht lass es aus der ersten Verände kommen wir können